Also, was haben wir alles? Wir haben die Totale vom Hof. Wir haben den Vertreter, wir haben den Gegenschuss auf Jeff, in der Halbnahen, in der Nahen und noch im Detail. Dann haben wir Fahrt weg, gleichzeitig Zoom rein, wie sich der Vertreter vorbeugt. Dann den Schwenk auf den Hund in der Langsam-Variante und als Reißschwenk. Nur Ton Hund, dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Machen wir später. Dann amerikanisch, wie es hier rüberkommt, zack und geht weg. Wieder oben, Wumm, Detail auf Messer und Säge. Sehr genial. Dann den Longshot, wo wir das alles nur erahnen können. Und dann haben wir nochmal die italienische auf Jeff, wo es ihn langsam dämmert. Also, haben wir alles, oder? Was muss eine Frau eigentlich tun, um von dir bemerkt zu werden? Wenn die hübsch ist, dann braucht die gar nichts zu viel zu machen. Das muss einfach nur sein. Bin ich nicht? Ja, aber warum?